Aus dem Buch Clubleben im Stresstest, Rotary in der Pandemie und danach, herausgegeben von Henning von Vieregge, Reinhard Fröhlich, Hans-Werner Klein. Weltpräsident Holger Knark riet dazu, als Rotarier sich gesellschaftlich zu engagieren, als Rotary freilich sich zurückzuhalten. Ist diese Unterscheidung eine überzeugende Antwort auf die Frage, wann man im Club die Reißleine ziehen und sich von Mitgliedern trennen sollte, wenn diese nach Auffassung anderer Clubmitglieder sich ethisch zu angreifbar verhalten haben? Ist diese Unterscheidung eine überzeugende Antwort auf die Frage, wann man als Club, als Distrikt, als deutscher Gouvernerrat oder gar als Rotary International sich politisch engagieren sollte, vielleicht sogar Partei ergreifen müsste, wie es Rotary International im Ersten Weltkrieg beispielsweise mit seiner Parteinahme für die Alliierten getan hat, es angesichts der nationalsozialistischen Herrschaft, angesichts des drohenden Verbots der Clubs aber unterließ? Es gibt keinen eindeutigen Königsweg, aber ich glaube schon, dass in der DNA von Rotary ein gewisses Maß an Zurückhaltung, ja Enthaltsamkeit enthalten ist. Das Modewort heißt Ambiguitätstoleranz. Deren Schwinden wird allenthalben konstatiert und als Verlust an demokratischer Substanz beklagt. Die Fähigkeit nämlich, ohne selber Werte und meinungslos zu sein, um des freundschaftlichen Umgangs willen sein Ego, das auf Unzweideutigkeit drängt, zu zügeln. Zum besseren Verständnis dieses Gedankens hilft ein Zitat vom Gründungsvater von Rotary, Paul Harris, 1868 bis 1947. Der sagte, Rotary ist der Ansicht, dass die Interessen der Gesellschaft einen Raum verlangen, in dem sich Menschen verschiedener Herkunft, Glauben und politischer Parteien in glücklicher Gemeinschaft treffen können und möchte diesen Raum zur Verfügung stellen. Paul Harris, der eine feine Witterung für Probleme hatte, lernte Arthur F. Sheldon 1868 bis 1935 kennen, einen durchaus erfolgreichen Unternehmer, der sein Hobby, anderen Unternehmern zu erzählen, wie sie erfolgreich sein könnten, mehr und mehr zum Beruf gemacht hatte. Harris fand, dass Rotary sechs Jahre nach Gründung eine Neuausrichtung brauche, weg vom rein selbstbezogenen agieren und er sah in Sheldon den geeigneten Verkünder dieser Umpositionierung. Beim zweiten Treffen aller nationalen Clubs in Portland, Oregon 1911 wurde in Abwesenheit des Urhebers sein Referat vom langjährigen Generalsekretär von Rotary, Jess Perry, vorgetragen, wobei der Satz »He profits most, who serves best« Beifelsstürme ausgelöst haben soll. Zwei Zitate als Reaktion. »We simply had the cart before the horse«, ruf es Chapin. Und »Kavit Emter«, möge der Käufer sich in Acht nehmen. »Sei somit überwunden«, rief ein anderer. Für uns heute ist es gar nicht einfach, die damalige Begeisterung nachzuempfinden. Es ging um das Wort »Service«. Das kannte man eigentlich als Gottesdienst oder als Dienst am Vaterland. Sheldon übertrug es in die Arena der Ökonomie. Was bedeutet dies bei einem Autor, der Fachbücher unter dem Titel »The Art of Selling« oder »The Science of Successful Salesmanship« publiziert hatte? Die Rotayer sollten nicht länger nur Geschäfte unter sich, sondern mit allen machen. Dabei sollten sie die Kunst oder gar Wissenschaft erfolgreichen Verkaufens beherzigen. Sie sollten zurückhaltend agieren wie ein versierter Verkäufer, der nichts von sich offenbart, was eine Kluft zwischen ihm und seinem Kunden öffnen könnte. Jeder Mensch ist ein potenzieller Kunde. Agiere respektvoll und fair und halte dich in allem, was die entstehende Beziehung stören könnte, zurück. Das zahlt sich letzten Endes auch für dich aus. Die Wirkung dieser Argumentation sollte nicht unterschätzt werden. Schließlich war und ist Rotary im Kern eine Gruppierung von Menschen aus der Wirtschaft. Auch der zweite Großethiker der Organisation, Herbert J. Taylor, 1893 bis 1973, hatte den Erfolg seiner Vier-Fragen-Probe praktisch bei der Rettung eines Unternehmens erprobt. Als er den Mitarbeitern auftrug, sich in ihrem Verhalten miteinander und gegenüber Kunden und Lieferanten entlang dieser vier Fragen zu orientieren. Damit war nochmals die Leitidee, Verhalten wie gegenüber Kunden in die DNA von Rotary eingebrannt worden, und zwar gleichermaßen für den Umgang innerhalb der Clubs wie auch in ihren Außenaktivitäten, die sich im Laufe der Jahre zunehmend bis ausschließlich auf die zivilgesellschaftliche Arena konzentrierten. Auch hier sollte derjenige, dem geholfen wird, davon überzeugt sein, dass es um seinen Nutzen geht. Eine Organisation, die sich dieses Verhaltensmuster aneignet, also nicht nur deklamiert, sondern danach handelt, hält sich weltoffen und ist somit mit guten Argumenten gegen Nationalismus, Rassismus und andere Ideologien ausgestattet, deren Wahrheitsobsessionen stets nahezu zwangsläufig die gute Absicht in böse Praxis umschlagen lassen. Zugespitzt wurde dieser Ansatz in der noch einfacheren Formel Service above self, seit 1989 das Hauptmotto von Rotary. Es bedeutet nicht jeglichen Verzicht auf Eigeninteresse, das wäre irreführend oder überfordernd. Aus dem Buch Clubleben im Stresstest, Rotary in der Pandemie. Und danach? Herausgegeben von Henning von Vieregge, Reinhard Fröhlich, Hans-Werner Klein.